Musik Willkommen zum Magazin Brennpunkt Wirtschaft hier auf RRU TV. Schön hätte ihr eingeschaltet. Trotz wenig Schnee ist auch dieses Jahr der Skilift Zranda in Betrieb. Die Anlage leistet einen wichtigen Beitrag zur touristischen Infrastruktur in einer Region, wie der Bericht von Peter Abgespun zeigt. Musik 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 Bis der Hang anfangs Saison bereit ist, braucht es viel Vorarbeit. Gerade in einem Jahr wie hier oder Fähre, wo der Schnee fehlt. Dort schneet man mit einer eigenen Schneekanone mit reichwasseren Schnee und dann mit einem eigenen Pistofahrzeug. Dieses Fahrzeug ist sonst auch noch auf den Langläufläufen im Einsatz. Diese Saison konnte man den Lift pünktlich an Weihnachten am 24. Dezember aufbauen. So ein Lift kostet im Jahr ca. 10'000 Fr. Mit Kästchen, Beschneiung, Leidweihenschaffen, Präparierung usw. Aber man kann den Lift nicht den Betrieben im E&S rendieren. Dieser Lift ist auch verantwortlich, dass man den Kindern oder den Leuten etwas bieten kann. Das ist im speziellen Fall der Junge. Und dann lohnt sich das gut genug für unsere jungen Leute hier. Aber wenn man es jetzt finanziell anschaut, lohnt es sich nicht? Nein, finanziell lohnt es sich nicht. Nein, definitiv nicht. Lohnen tue ich nicht. Aber marketingmässig hat das Ganze doch durchaus Potenzial. Es gibt eine Aufwertung des Dorfes. Und die Preise für den Lift sind wie vor 60 Jahren. Eine Einzelfahrt ist 50. Eine Tageskarte ist 5 Fr. Und somit sieht man, wenn man eine Saison kauft, ist das 50 Fr. Und wenn einer hier eine Saison kauft, wird die Hälfte noch zurückgezahlt. Von der Gemeinde wieder. Weil alle Saisonkarten, wenn ein Kind lesend, zahlt die Gemeinde die Hälfte zurück. Das touristische Randal ist unter dem Dach von Zermatt-Tourismus. Wie sieht es denn hier mit diesem Lift aus? Wir arbeiten sonst sehr gut mit dem Zermatt-Tourismus zusammen. Das sieht man jetzt in der Langlauf-Läupe auch. Also, dank dem können unsere Einheimische Leute auch gratis auf die Langlauf-Läupe. Wir müssen dann jeden Tag einen Pass zahlen. Da arbeiten wir sehr eng zusammen. Jetzt hier mit dieser Läupe allein sind die Kästen von der Gemeinde. Aber sonst unterstützt uns das Zermatt-Tourismus sehr gut. Die Unterstützung ist also da. Zumindest aus wirtschaftlicher Sicht lohnt sich ja der Betrieb. Läupte und anderen Routen nicht. Und zwei grosse Skigebiete, Griechen und Zermatt, sind ja nicht weit weg. Wäre es denn keine Option, sich dann anschliessen und sich dann ganz häufig anzusparen? Zweimal nein. Wieder einfach für uns die Allerkleinsten. Dass sie wirklich können und Ski fahren. Dass wir denen etwas bieten. Wir haben auch einen Einspar, der auch etwas kostet, was wir auch präparieren müssen. Und die ist ganz gratis. Also einfach für die Jugend. Jetzt hier im speziellen Winter lohnt sich das schon. Wir haben, wenn es dann mal mehr Schnee hängen, auch wunderschöne Langläufläupe. Was die haben wir schon auch gratis können. Wir haben einen Schneeschuhweg, den gratis können. Wir müssen einfach den Leuten etwas bieten. Wenn wir jetzt dürfen. So haben wir es jetzt. Bieten bieten wir den Leuten das Angebot zu werden. Die Ferien sind am Vormittag und am Nachmittag. Mein Frühling ist immer nur am Nachmittag und am Wochenende der Ganztag. Die Saison im Frühling hat immer so lange das Verhältnis zu lehnen und die Kinderfreiheit. Die Saison im Frühling schwingt. So weit der Bericht von Peter Abkogspohn über den Skilift in Randa. Schön, dass ihr mit dabei war. Bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.